In 3,3 Kilometern sind wir schon auf der Strecke nach Midweide. Wir haben 3 Kilometern bei Ausfahrt 3 und 70 Heimingen Richtung Heimingen mit weiterfahren. So, jetzt soll ich dann noch bei morgen fliegen. Los doch, ich weiß doch, wo der Hund. Ab Pechtikonplatz 2. Ab Pechtikonplatz 3. Den wollte ich immer auf das Arzt machen. Ja, hast du mir geschrieben, warum hast du den nicht geklingelt? Ja, na dann los, dann klingeln wir mal. Ich weiß ganz genau, wo der ist, genau neben meinem Zielhof. Ey, überleg mal. Wegen welchem Zielhof? Geh um Arzt. Mein Doktor. Scherter. Genau daneben runter. Und daneben ist auch keiner gegen ihre Füße. Und das ist die Ex. Ja. Und da ist auch geil. Ich glaube, Aldi. Da sind Tokest, oder? Hör doch, Frau, was macht? Ja, ja. Ja, das ist ein, okay? Ich denke, das ist ein. Ich denke, das ist ein. Ja, genau. Und dann die Tür da holen. Weil die Tür nach links sind. Ich brülle darauf, Bax! Dann gehe ich live und schreibe, Bax, mach die Tür auf. Ich meine, ich schreibe, mach die Tür auf. Aber halt nicht alleine. Dann sage ich, ich muss eigentlich... Ey, dann, wir gehen live und brüllen, Bax, mach die Tür auf. Ja, genau. Ja, ich könnte es eingeben. Was soll Tom sagen? Na, mach. Mach, mach. Er hat mir geschrieben, oder was? Wir haben doch geschrieben, da hat er keine Zeit. Ja, und wir gehen auch dabei noch live. Ja? Okay. Ja, da musst du auch machen. Das geht gar nicht anders. Zehn Kilometer! Hast du jetzt die Adresse schon drückt? Nach 300 Metern bei Ausfahrt 73 Heinichen Richtung Heinichen mit Weiterfahrt. Ja! Meine Fresse! Das sagt die aber auch sehr schnell. Ja. Ja, weil ich gerade das Neue gemacht habe. Ja, stimmt. Die können es ja nicht eher sagen. Die können es ja nicht eher sagen. Leicht abbiegen auf S201. Ich habe mich nicht merken können, ob ich schlitzlos ist. Na ja, ich habe ja abfotografiert für meinen Ex-Vormieter. Dem Streckenverlauf acht Kilometer folgen. Okay. Eine Ahnung unter 800 Euro schon. Ja.